ja hallo zusammen hier ist der frank ich wollte euch mal was vorstellen was ich zum testen bekommen habe endlich mal es ist ein lavalier mikrofon set für iphone ipod samsung also für verschiedene handys gedacht aber auch für digitalkameras guck mal rein wo geht es auf hier schön geschick ja hier sieht man für einen windfang sieht aus wie ein kleiner trippel insiderwitz wer es dort kennt ja kann man dann drauf machen sieht eigentlich schön aus ist schön weich als trippel macht sich das natürlich auch gut nein quatsch ja das ist der windfang für das mikrofon packe ich mir ja erstmal hier wieder rein so wie ihr seht ist das set einfach im packen gekommen pack das hier drüben ja das set allgemein ist ein lederbeutel etui oder tasche die man dann oben noch so zuschnüren kann dass ihr seht gut für unterwegs ist so schön wenn ich jetzt so anfasse ist es leicht so mal rein gucken was alles drin ist ja als erstes sieht man ist gleich ein adapter noch dabei von klinke auf mini usb kann man es dann auch noch mal extra unten ans handy anschließen oder an der action camp schöne sache dass es gleich mit dabei ist ja hier ist das kleine mikro hier ist auch noch mal oh es sind zwei adapter drin ja muss ich jetzt noch mal gucken für was also ja immer ist es für ein adapter es ist auch noch mal ein 3 5er klinke ja also kann man es dann extra noch mal anschließen an den computer oder für die dsl kamera sehe ich gerade weil der hat nämlich drei also das sind das weiß ich nicht wie die bezeichnung genau ist ich habe noch mal nicht aufgepasst ich habe es nicht recherchiert oder ich merke es mir einfach manchmal noch nicht ja ja so hier ist das mikro hier ist noch die anklep klemme es hält auch schmerz pervers ne es hält eigentlich auch fest die klemme ist so richtig fest ich denke mal ist es auch gut verarbeitet wenn man das so sehen kann ja wie schon gesagt das ist noch mal die andere klinke mal gucken wie lang das der kabel ist ich mache es einfach mal auf damit man sehen kann ja von der länge her würde ich sagen moment 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 ja um das jetzt so hinlegt was ich denke es ist ein meter also ich finde es ein bisschen kurz leider ich hätte es mir ein bisschen länger gewünscht auch so ausreichend aber wenn man da vielleicht mit einer verlängung noch arbeitet oder so gibt es ja nicht noch ja so wie gesagt es ist also es ist ungefähr ein meter lang normale länge von kopfhörern ein bisschen länger als normale länge von kopfhörern hätte es mir wie gesagt ein bisschen länger gewünscht müsste ich sagen würde ich sagen ja gucken wir noch mal hier ob ich in den infang auf meinen kleinen trippel hier ist ja noch der schaumstoff wie man sehen kann den man abmachen kann oder drauf machen kann mal gucken ob das jetzt hier das so funktioniert ja passt so dann kann man das mikrofon dann herrlich schön ankragen oder an die klamotten machen also das ist wirklich eine schöne sache sieht doch gut aus mir gefällt es ja na gut es muss auch nicht nur schön aussehen es muss auch wirklich funktionabel sein an sich ist es wirklich ein schönes set wenn man jetzt für außen aufnahmen macht oder drehen tut oder für youtube oder so weil ich muss immer ja mit dem headset arbeiten bin froh dass ich das zum testen gekriegt habe werde ich den nächsten da ausführlich testen das mikrofon passt doch wieder alles gut rein wie gesagt das einzige negative was mir jetzt als erstes aufgefallen ist ist wirklich das mit der länge dass das kabel finde ich ziemlich kurz ist also ich hoffe mal dass es jetzt reicht auch für dsl kamera oder so wenn man jetzt so kleine dokumentationen oder so dreht oder was weiß ich für youtube oder so wie ich das halt immer mache die videos reicht das vollkommen aus aber jetzt so ich weiß es nicht also ich bin wirklich ein bisschen hin und her gegessen also ich bin natürlich begeistert auch von der qualität her muss ich sagen aber trotzdem wenn man das so sieht ich versuche das ja noch mal so ein bisschen aufdettern damit man sieht das ist wirklich nicht all zu lang also schon lang ist auch nicht all zu viel lang ist ja an sich ist eine gute sache lassen wir gleich mal testen ob das sprechverhalten besser ist oder nicht ja ich werde es erstmal jetzt umstöpseln mache eine kurze pause und gleich wieder da so ich habe das jetzt einfach mal angestöpselt ich hoffe ihr hört mich noch wenn nicht habe ich recht dann rede ich jetzt nicht mehr selber ich hoffe man merkt auch mit den unterschied ich habe das wie gesagt jetzt eingestöpselt nur einfach zu testen ob es gleich funktioniert ja wie gesagt ihr sieht man auch die länger von den normalen alten headset was ich noch habe was ist alten headset neun alten headset neun alten headset altes neues neues also nicht egal ich habe das mikrofon anzuklipsen als linksänder ist das jetzt nicht so einfach jetzt habe ich es so ich hoffe mal ihr hört mich besser oder lauter ähm ja die qualität könnt ihr jetzt selber feststellen wie gesagt schlicht und einfach ist eine schöne box finde ich ja hey 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 ein kleben magnet noch dran ja es ist wirklich nicht schlecht muss ich sagen also wirklich wie schon gesagt für leute die jetzt viel draußen sind äh aufnehmen und noch videos drehen oder kleine dokumentationen oder was weiß ich auf demos ähm was filmen oder 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 für diktiergeräte und so weiter ist es wirklich gut geeignet finde ich ähm da kann man das bequem ähm benutzen ich hoffe dass das sprechverhalten ein bisschen besser jetzt geworden ist auch von der qualität her kann man nur hoffen ja das war's heute von mir ich danke euch fürs reinschauen wenn es euch wie immer gefallen hat äh lasst ein like da würde ich mich freuen oder abonniert meinen kanal würde ich mich natürlich auch freuen das ist natürlich nicht ne ähm ich danke erstmal fürs zuschauen bis zum nächsten mal ja tschaui